Hallo Freunde von Alpha Shooters, hier ist euer Hamza. Ich bin hier am Stand von Professor Optiken mit Dennis Sturhan und Dennis. Ihr habt eine neue Einstiegsserie bei Professor Optiken. Exakt, das ist unsere neue Staffelsee-Serie. Fängt preislich bei 329 Euro an. Stickstoff gefüllt, nano beschichtet, alles was sich dreht und bewegt ist aus Metall. Und ja, haben wir in 1-6 x 24, in 2-12 x 50. Allerdings dieses Modell ohne Parallaxenausgleich und ganz neu, die 3-18 x 56, inklusive dem Parallaxenausgleich, liegt preislich bei 499 Euro. Und die 2-12 x 50 liegt bei 399 Euro. Also ich sehe, alle Modelle haben ein Leuchtabsehen, in verschiedenen Stufen regulierbar. Exakt. Aber Parallaxenausgleich, das gibt es nur an dem größten Modell. Exakt, genau. Ja, ansonsten Leuchtpunkt 11-stufig, verstellbar. Und ja. Ich gehe davon aus, ein Zero-Stop gibt es eine Einstiegsklasse und noch nicht. Nein, das stimmt. Genau. Und so an die nächsten Klasse schon. So, die Verstellung erfolgt in Stufen zu einem Klick ist ein Viertel. Exakt, ein Viertel MOA. Ein Viertel MOA. So, es gibt momentan 3 Silfernrohr-Modelle aus der Reihe Staffelsee. Ist in Zukunft noch geplant, die Reihe zu erweitern? Die Staffelsee werden wir nicht erweitern, allerdings im Bereich vom Ammersee werden wir noch ein bisschen was bringen. Aber das halten wir uns dann für die nächsten Messen noch vor. Und die Ammersee ist dann die gehobene Linie? Genau. Und du hast die Optik? Das ist die mit dem HD-Glas, mit der guten Optik, wo wir wirklich auch extreme Seefelder generieren und gute Bilder produzieren. Genau. Alles klar. Danke, Dennis. Danke. 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 Danke.